Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Risen 3 Titan Lords. Ja, Titan Lords. Wir sind hier auf einer kleinen Insel im Süden von Taranis, der Marginsel, und wollen hier ein bestimmtes Strandgut finden, in der Hoffnung, dass es dort eines dieser bösen Bücher enthält, weil es ist über Bord gegangen. Vielleicht haben wir Glück. So, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es hier wirklich an Land gespielt wurde. Wahrscheinlich hat es wirklich so ein See und Geheuer sogar bewusst hierher gebracht. Und ist jetzt wahrscheinlich in dem Besitz des einen Herren, der da oben wohnt. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Ein Drachenschnappi. Hoppala, hoppala, das war Fail. So, jetzt geht aus dem Wasser raus und kriegt den Blutlicht. Ja. 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 Das habe ich mir schon fast gedacht. Aber wir werden noch schnell die Insel fertig umrunden. Da vorne steht auch jemand. Wir werden trotzdem schnell die Insel fertig umrunden, weil, äh, wegen Muscheln und glitschige Muscheln. Aha. Okay. Kann ich hier rüber? Wahrscheinlich nicht, ne? Na, da muss ich von der anderen Seite. Aber da war noch ein Drachenschnappi. Aber macht nichts, machen wir das dann halt ein bisschen später. So. Ähm. Guten Tag. Scheiß, Möbeln. Äh, äh. Weit und breit kein Land in Sie. Dreh dich mal um. Steuermann. Ruder, hart, Backbockt. Der redet fast wie Polly. Ob das jetzt ein Zufall ist? Oh, jetzt habe ich falsch gespeichert. Es ist egal. Ähm, ich muss nochmal speichern. Jetzt habe ich die falsche Nummer erwischt. So, hier. Da wollte ich. Hallo. Ein klabauter Mann, wie da so ein Hirngespinst. Und übel riechend noch dazu. Hirngespinst? Danke. Reden kann es auch noch. Diese Dinger werden immer einfallsreicher. Okay, wenn du das sagst. Sehr freundlich. Und wie ich das sage. Interesse an einem Tauschgeschäft? Äh, mit dir? Sicher nicht. Na gut, was willst du tauschen? Ja. Na gut. Was willst du tauschen? Was wie? Warum sollte ich mit dir tauschen? Das Tauschgeschäft war dein Vorschlag. Oh, ach so. Äh, richtig. Also für eine Buddelfusel und etwas Proviant gebe ich dir 200 Goldmünzen. Ich wusste, du bist verrückt. Na gut. Äh, 300 Goldmünzen. Äh. Aber dann will ich das Zeug auch sofort. Hörst du? Ähm. Sofort. Hier, dein Fusel und etwas Proviant. Tut mir leid. Ich habe gerade selbst nichts dabei. Na, hier bitte. Hier, dein Fusel und etwas Proviant. Und hier, dein Gold. Hehe, Trottel. Da hat der alte Brian dich aber ganz schön über den Tisch gezogen. Ja, ich lasse dich mal in dem Glauben. Ist mit dem alles okay? Was machst du hier überhaupt? Du bist nicht zufällig ein... Äh, du hast nicht zufällig ein spezielles Buch in deinem Besitz. Na, was machst du hier? Was machst du hier überhaupt? Ich bin auf diesem einsamen Stück Erde gestrandet. Der Käpt'n hat mich einfach über Bord geworfen. Aha. Ich habe nur überlebt, weil ich das Regenwasser in meinen Stiefeln auffangen konnte. Äh. Schmeckt echt nicht gut. Ja. Bleh. Dann doch lieber Salzwasser. Warum haben sie dich vom Schiff geworfen? Dir ist aber schon klar, dass der Hafen von Taranis nicht weit weg ist, ne? Du bist nicht zufällig ein... Bist jetzt ein Besitzbuch, na, das Bord geworfen. Warum? Warum haben sie dich vom Schiff geworfen? Ja. Der gute Brian hat ein wenig Mist gebaut. Ja, ja. Aber nur ein wenig. Was genau hast du verbrochen? Hab den Käpt'n beklaut, lange bevor wir Land erreicht haben. Aha. Hat er natürlich sofort bemerkt und ich durfte über die Planke gehen. Dann trieb ich tagelang umher und bin hier wieder wach geworden. Ähm. Dir ist schon klar, dass der Hafen von Taranis gleich da drüben ist? Dir ist aber schon klar, dass der Hafen von Taranis nicht weit von hier ist. Was? Nicht weit von hier ist ein Hafen. Aber... Aber da muss man schwimmen. Ich werde nie wieder schwimmen. Außerdem will ich keinen Hafen. Ich will eine Höhle. Eine kalte Höhle. Für mich ganz allein. Was gibst du mir, wenn ich eine Höhle für dich finde? Ich schau mich nach einer geeigneten Höhle für dich um. Du hast nicht zufällig ein spezielles Buch. Äh, was bekomme ich? Was gibst du mir, wenn ich eine Höhle für dich finde? Als ich hier gestrandet bin, hab ich so ein Ding gefunden. Das geb ich dir. Wenn ich nur nie wieder die Sonne sehen muss. Ich schau mich mal um. Ich schau mich nach einer geeigneten Höhle für dich um. Gut. Aber kalt muss sie sein. Und unbewohnt. Ich will nicht teilen müssen. Ist klar. Buch und so. Du hast nicht zufällig ein spezielles Buch in deinem Besitz? Ein Buch? Aber ja. Natürlich, natürlich. Hab's am Strand gefunden, als ich im Müll gewühlt habe. Im Treibkot hier findet man allerhand. Ich kaufe es dir ab. Ich tausche das Buch gegen Rum. Ja, das ist eine gute Idee. Ich tausche das Buch gegen Rum. Ich trinke keinen Rum. Nein, mein Herr, Brian trinkt nicht. Also glaub ja nicht, dass du mir so billig davon kommst. Ich tausche das Buch gegen... Hm. Gegen ein paar Muscheln. Genau. Drei glitschige Muscheln will ich haben. Und Strandfisch müssen sie sein. Okay. Okay. Das machen wir schon. Okay. Ich bekomme das Buch und du deine Muscheln. Abgemacht. Ich hätte wirklich Händler werden sollen. Ja. So pfiffig, wie ich bin. Ja. Aber sicher doch. Ja. Wo kann ich diese Muscheln denn bitteschön finden? Wo kann ich deine glitschigen Muscheln finden? Natürlich da, wo es Sand gibt. Geh einfach den Strand der kleinen Insel entlang und halte deine Augen offen. Aber nicht von den Muscheln naschen. Na, aber... Oh, weh. So, ich glaube, eine haben wir ja schon mal gefunden, ne? Ich schaue sie jetzt aber hier rüber noch. Vielleicht ist da noch eine. Äh, zumindest eine normale Muschel. Okay. Haben wir schon mal da. Und noch eine normale. Na, war noch was? Ah, roher Fisch. Okay. Äh, leichter Geldsack. Jaffa ist etwas verwirrt. Wohin genau geht die Reise? Ein Teil von mir ist im Schattenreich. Tja, und nun suche ich überall nach Hilfe. Ah, ist so etwas wie die Suche der Gnome nach Auriculci. Jeder Gnom muss einmal in seinem Leben diesen einen Gegenstand für sich finden. Eine große Reise, die erst zu Ende, wenn wir das eine Dingie gefunden haben, Jaffa versteht jetzt besser. Danke, Homie. Ach ja, hier ist etwas Gold für meinen Käpt'n mit guter Seele. Danke. Wow. Etwas ist gut gesagt. Jaffa ist echt eine Goldquelle. Muss man schon mal sagen. Wortwörtlich. So. Da haben wir auch ein Geldbeutelchen. Einmal roher Fisch. Aber keine glitschige Muschel, glaube ich. Na, warte. Rohher Fisch. Muschel. Hoppala. Einmal schwimmen gehen. Okay. Passt, dann schauen wir uns nach den Muscheln um und nach der Höhle, nicht wahr? So. Das ist echt... Der ist wirklich ein bisschen doof, der eine. So, was haben wir da? Glitschige Muschel. Ja. Gibt es da noch was für uns? Ich würde auch einen Fisch nehmen. Bitte. Zum Braten für Proviant. Nein. Aber Pro Proviant. So. Gleich mal nebenbei ein bisschen Rätzen. Äh, Rätzen sage ich. Räcken. Entschuldigung. So. Ich bin noch nicht gestorben. Ich muss noch keinen Toten wiederbeleben. So. Nein, 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 nein. Das ist, wenn man mit dem Geist schon wieder woanders ist. Ja. So, lala. Das passt mir eh ganz gut, dass wir uns hier ein bisschen umschauen müssen. So, auch hier. Vielleicht ist ein Schwammerl da. Nein, kein Proviant. Da ist wieder so viel müde. Eine Muschel. Da ist nix. Kein Fischilein. Da haben wir noch eine Muschel. Da vorne eine Glitschige. Jetzt haben wir alle drei. Das ist schon mal gut. Jetzt brauchen wir noch die Höhle. So. Bam. Bam. Und zack. Zack. Bam. So. Zack. 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 Und zack. Zack. Und nochmal. Und ein drittes Mal. Da ist noch zu. Weniger. Ja. Danke, mein Freund. Einmal Leuchtkugel. Einmal Muschel. Der Sandteufel ist, glaube ich, verschwunden. Boah, so Drachenschnappi hat nix für uns. Was für ein Geizhals. Noch eine Muschel. Halt. Und ein Schnappi. Hoppala. Aua. Alter. Au. Okay, das wird ein bisschen ungut. Au. Bäm. 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 Und Bäm. Und du jetzt auch, du Mistviech. Schau. Der reicht voll absichtlich aus. Das ist nicht nett. Raus aus dem Wasser. Au. Guter Kampf. So. Halt. Boah, Glück gehabt. Dann habe ich den schon gelootet gehabt, ne? Ja. Dann musst du es schnell und unauffällig hingehaut haben. Ja, auch du. Danke für deine Sachen. Da haben wir die Höhle. Ist hier noch irgendwas? Muschel, ja. Muschel, 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 Muschel. Da oben noch irgendwas? Ja. Gold. Gold. Leichter Goldsack. Okay. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. Dann haben wir hier noch irgendwas. Schaut nicht so aus. Aber hier haben wir die Höhle. Da sind auch Viecher drin. Ich speichere mal ganz kurz. Werd auch schnell ein bisschen Proviant noch zu mir nehmen. Bäm. Riesenrad. So, ja. Danke, Jaffa. Ende, Schluss, aus. Jawohl. Dann gibt es noch zwei. Nur eine normale Ratte. Die lasse ich natürlich am Leben. Das ist auch noch eine normale Ratte. Aber hier haben wir noch zwei. Guten Tag. Guter Kampf. Ja. Einmal Fleisch und nochmal Fleisch. So, das sollte es dann schon gewesen sein irgendwo. Boah. Alter. Du bist Viech. So. Ist denn hier jetzt Ruhe? Also haben wir hier schwerer Goldsack. Und blutgetränktes Tuch. Ich glaube das war ein Schatz. Und ein Schwammerl. Was ist hier noch? Schmiedehammer. Okay. Ich glaube jetzt sind wir hier fertig. Noch schnell schauen. Ein bisschen am Rand hier entlang. Ob noch irgendwo ein Pilz wäre. Oder so. Die Truhe werden wir auch gleich ausräumen. Weil jetzt ist noch hier niemand da. Ich glaube das ist ganz schlau. Fackel rum. Goldklee und Gold. Nehmen wir alles gerne mit. Da haben wir noch ein Schwammerli. Einen Löffel. Eine Gabel. Brüchiges Tagebuch. Hier ist die Rede von einem blutgetränkten Tuch. Habe ich schon. Das habe ich schon. Ja. Das habe ich schon. Das Bettchen brauche ich eigentlich nicht. Gut. Dann können wir zu ihm zurück. Oh weh. Der Typ ist so durch. Dass er nicht einmal das Buch eben was anhaben kann. Wie es ausschaut. Oh weh. Ja schön. Passt. Sehr, sehr gut. So. So. Da ist er mal da. Äh. Ah das. Ähm. Ist er oben? Wahrscheinlich, ne? Huch. Wusch, 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 wusch. Sind sie hier? Ja, da ist er. Okay. Dann können wir das speichern. Na bitte. Ja danke. So. Äh. Äh. Langsam. Nicht zu hastig. Hallo. Und zwar. Glitschige Muscheln. Bitteschön. Hier hast du deine glitschigen Muscheln. Bekomme ich jetzt das Buch? Klasse. Jetzt kann ich das leckerste Muschelmus zubereiten, das du je gesehen hast. Wenn du länger bleibst, kannst du gerne etwas davon abhaben. Äh. Nein danke. Mir reicht das Buch. Ist recht. Bleibt mehr für mich. Hier. Äh. Und die Höhle. Hoppala. Äh. Die Höhle. Ich habe eine geeignete Höhle für dich gefunden. Ja. Ach ja. Wo ist sie? Gleich hier auf der Insel. Du musst nur ein Stück um den Hügel herum gehen. So so. So wie ich das sehe, haust in jeder Höhle viel Zeug. Hast du das auch beseitigt? Ja. Da waren nur ein paar Ratten. Sehr gut. Die nächste Ratte, die sich in die Höhle traut, wird einen guten Braten abgeben. Du hast doch nicht vor, sie zu essen. Natürlich. Man darf nicht wählerisch sein. Und da du mir geholfen hast, sollst du natürlich nicht leer ausgehen. Hier. Außerdem ernenne ich dich zu meinem ersten Offizier. Danke. Aber nein danke. Ähm. Gut. Gern geschehen. Servus. Bevor ich hier die Truhe plündere, weil der ist noch da, werde ich kurz noch hier raufschauen, ob hier oben eventuell noch was für uns ist. Das schaut nämlich schon so aus, als wenn hier oben durchaus ein Pirat vielleicht was versteckt haben könnte. Gürteltierchen sind hier auch ein paar. Ja, ja, das schaut schon in Ordnung aus. Was haben wir denn da? Äh, nochmal Gold. Leichter Goldsack. Sehr gut. Und ein Wurfmesser. Sehr gut. Ja, einen Ausblick hat man hier schon einen schön. Und eine Feuerblume. Fisch. Passt. Gut, dann machen wir noch die Truhe unten auf und dann sind wir hier auch schon fertig. Kann ich hier runter, ohne dass ich... Na, da sterbe ich, glaube ich. Das lassen wir mal. So. Gut. Dann hätten wir das hier auch schon. Dann müssen wir nochmal zu die Magie rauf. So. Ein Käse. Okay, das ist super. Die Truhe. Ah, die ist nicht verschlossen. Sehr gut. Brot und Gold. Nehmen wir natürlich alles mit. Proviant und ein bisschen Gold. Suppi, suppi. Äh, schlafen muss ich, glaube ich, nicht, oder? Wack, 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 wack. Wack, 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 wack. Ja, wack, 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 wack. So, also. Dann nochmal rauf zu den Magical Bubis. Ähm, Logbuch. Ähm, nein. Nein. Ähm. Ähm. Da. So. Das. muss noch abgeschlossen werden. Wä? Warum? Das Buch habe ich doch jetzt schon. Wupp. 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 Naja, natürlich breche ich mir den Fuß fast. Warte mal. Hä? Drei Bücher habe ich jetzt. Müsste aber passen, oder? Muss ich vielleicht trotzdem nochmal mit ihm reden? Ich hirsch nochmal kurz nach. Aber normal müsste das jetzt fertig sein. Hallo? Ich sollte anfangen, Schimmelpilze zu züchten. Unbedingt. Unbedingt. Du hast nicht, du bekommst keine Nebenwirkungen hier. Unbedingt. So. Dann müsste ich hier oben. Gordon Bleu müsste was haben. So. Okay. Gordon Bleu. So. Lala. Guten Tag. Ein Talbot wäre hier. Ein Gordon würde ich jetzt brauchen. Ähm. Fuh. Der ist hier drüben. Okay. Da drüben, drüben. Tap, 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 tap. Gibt es hier zufälligen Wasser? Potte ich? Damit ich da ein paar Schluck eventuell... Ja. Hier. Einmal köstliches Regenwasser. So. Schluff, 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 schluff. Prost. Sehr gut. Dann. Hm. Werde ich mal speichern. Bevor noch was passiert. So. Bist du ein Gordon? Ja. Hallo, Gordon Bleu. Und zwar, lass mich mal an die Schmiede. Nein. Was weißt du über Bücher? Ja. Was weißt du über Bücher? Was ist das denn für eine Frage? Meistens haben sie außen einen Umschlag und innen viele biegbare Seiten. Ich hab gehört, manchmal schreibt sogar jemand was da rein. Sag nicht im Ernst. Wie fühlst du dich? Kannst du dich an alles erinnern, was du tust? Wie fühlst du dich? Wie fühlst du dich? Abgesehen davon, dass ich vor lauter Arbeit kaum noch zum Essen komme? Gut. Deine Fragen werden auch nicht klüger. Hast du das Bedürfnis, schwarze Messer abzuhalten? Was? Schwarze Messen abzuhalten. Überkommt dich manchmal unkontrollierte Wut. Ja? Überkommt dich manchmal unkontrollierte Wut? Jetzt, wo du es sagst. Mich überkommt gerade das starke Gefühl, dir eine aufs Maul zu geben. Du laberst ja fast schon so einen Schwachsinn wie Stanley. Stanley also. Ähm, was ist mit Stanley? Was ist mit Stanley? Der verhält sich in letzter Zeit ganz merkwürdig. Okay. Er hat mich letztens richtig angegriffen, als ich mich seiner Truhe genähert habe. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich wette mit dir, er versteckt dort etwas. Irgendetwas, das niemand sehen soll. Okay. Ist es vielleicht ein Buch? Möglich. Keine Ahnung. Lass es mich wissen, wenn du etwas herausfindest. Mach ich. Wenn du vorhast, an seine Truhe zu gehen, solltest du vielleicht wissen, dass sie abgeschlossen hinter dem Haus steht. Aha. Das ist super. Hast du vielleicht zufällig einen Schlüssel? Ich brauche einen Schlüssel für Stanleys Truhe. Wie es der Zufall so will, habe ich seine Truhe gebaut. Ich fertige grundsätzlich für jedes Schloss, das ich schmiede, einen Zweitschlüssel an. Kannst du mir zufälligerweise geben? Kannst du mir den Schlüssel geben? Wenn du den Schlüssel haben willst, muss ich dir etwas Gold dafür abnehmen. Ich habe zu viele Schulden bei den Magiern, als dass ich es mir leisten könnte, ihn umsonst abzugeben. Ja, ist klar. Das ist kein Problem. Wir haben aus irgendwelchen komischen Gründen gerade ganz viel. Gib mir Stanleys Truhenschlüssel. Ja, hast du ihn. Aber verrate Stanley nicht, dass ich ihn dir gegeben habe. Natürlich nicht. Ähm, das wär's. Vielen Dank. Servus. Also hinterm Haus. Okay, ich speichere das jetzt mal. Wahrscheinlich war das die eine Truhe, die ich damals nicht aufbekommen habe. Und dann schauen wir mal. Beziehungsweise die eine Truhe, die wir schon mal entdeckt haben. Hier, Stanleys Truhe nochmal. Baut, zeige mich vor, ich war erschreckt. Herausgerissene Seite. Oha. Gold und Eisnerz. Herausgerissene Seite. Eine herausgerissene Seite, das... Äh, es scheint so, als würde sie von einem dieser verfluchten Bücher stammen. Nehmen wir mit. Und jetzt? Hätten wir das auch? Was ist hier? Stanley. Aha, müssen wir mit Stanley noch quatschen. Okay. Huch. Ähm. Ja, ich renne hier einfach mal durch. Entschuldigung. Juckt keinen. Okay. Dann habe ich nochmal Glück gehabt. Stanley ist da drüben. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Hier ist er. Okay. Dann würde ich sagen, nochmal speichern. So. Hallo, Stanley. Ähm. Ich habe diese Seite in deiner Truhe gefunden. Ich habe diese Seite in deiner Truhe gefunden. Du hast was? Du warst an meiner Truhe? Gib mir die Seite zurück. Du wirst mein Buch nie bekommen. Ähm. Die Seite laut vorlesen. Gib mir das Buch. Askla, Fafga, Aglaven. Äh, was machst du da? Grag, Klau, Fagen, Ravgalgna. H-hör auf damit, du... bist du verrückt? Ruflag, Nala. Ruflag, Nala. Schon gut, schon gut. Äh, hier hast du das Buch. Aber hör auf damit. Danke. Seele minus eins. Oh, komm. Das war doch ein Spaß. Na, Seele minus eins möchte ich nicht haben. Warte kurz. Gut, dass ich gespeichert habe. Seele minus eins möchte ich nicht haben. Ich habe gedacht, das wäre... Ja, okay. Einmal darf nicht einschüchtern. Okay, man darf das nicht. Ja, von mir aus. Entschuldigung. So. Buch, ich überspringe das jetzt mal. Gib mir einfach das Buch. Gib mir einfach das Buch. Vergiss es. Das Buch gehört mir. Mir allein. Wenn du es haben willst, wirst du es mir aus meinen toten Händen reißen müssen. Äh. Wir könnten das sicher auch anders regeln. Ja. Wir können das sicher auch anders regeln. Hä. Eigentlich käme das nicht in Frage für mich. Aber als guter Geschäftsmann will ich dein Angebot annehmen. Für genug Gold würde ich dir sogar meine Oma verkaufen. Hä. Hier hast du das Buch. Gib mir das Gold. Danke. Hier hast du es. Hier hast du es. Wenn ich es mir recht überlege. Ich will das Buch eigentlich nicht abgeben. Andererseits ist Gold auch nicht zu verachten. Ach, scheiß drauf. Ich gehe mir von dem Gold einfach das Buch aus dem Gedächtnis saufen. Ja, so ist gut. So, passt. Hätten wir das auch. Dann sind wir hier, glaube ich, fertig. Taranis. Fertig. Schaut gut aus. Dann würde ich sagen, dürfen wir jetzt auf Kila oder warte, wo war das? Na, ich schaue mal kurz, wo das Buch noch ist. Das letzte, halt falsch, falsch. Wo das letzte Buch ist. Es ist auf Antigua. Okay, zuerst nach Antigua. Dann das Buch holen. Und dann zurück nach Kalador. Und dann nach Kila. Ja, das ist überhaupt nicht kompliziert, aber es passt. Ungefähr. Oder reisen wir nach dem gleich nach Kila. So irgendwie. Schauen wir mal. Also, ja. Wir sind hier fertig. Richtig. Ich darf zum Schiff. Gut. Ja, bitte. Hey, ich habe wieder einen dunklen Fleck unter Wasser in der Nähe der Küste gesehen. Ein weiteres Seeungeheuer? Ganz bestimmt. Es scheint noch größer zu sein als das letzte. Also, mach dich bereit für den nächsten Kampf, wenn du in See stehst. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Ja, und darum speichere ich jetzt auch noch Flotti und dann reden wir gleich nochmal durch und mit den Leuten reden wir und dann im nächsten Part werden wir uns der Seeschlacht widmen. Patty, wie geht's? Äh, Polly? Polly, lieb! Ja, schön aufpassen. Braver Vogel. Und, wie geht's dir? Also, komm mit, na, dann passt schon, wie geht's dir? Was? Ach, du schon wieder. Was ist los? Du siehst nicht sehr glücklich aus. Glücklich sagst du. Glück gibt es nicht in Tagen wie diesen. Meine Seele wird nie wieder die Ruhe und Geborgenheit einer Familie finden. Sie ist mir genommen worden. Okay. Die Schargen haben sie verschleppt. Oh, das wusste ich nicht. Schon gut. Das macht mich nur noch stärker, glaub mir. Ich habe geschworen, dass ich erst wieder Ruhe geben werde, wenn der letzte Scharge tot von mir am Boden liegt. Und diesen Schwur werde ich erfüllen. Mhm. Ah, das ist schon hart, ja. So, wie geht's dir, äh, ähm, Edward? Ich habe mich nicht getäuscht. Ja? Da ist etwas. Ja. Und es folgt uns. Wer? Es ist immer da. Wo? Und lässt sich auch nicht abschütteln. Warum? Und du bist sicher, dass es nicht der fehlende Schlaf ist, ja? Ich sagte doch, keine Täuschung. Ich werde es weiter beobachten. Du wirst sehen, ich werde recht behalten. Ja? Gerne. Wie geht's dir, Sufkopf? Ey, Käpt'n, du musst diesen Trank hier probieren. Das ist der Hammer. Er zeigt dir alles, was tot ist und doch lebt. Ah, wirklich gruselig. Nichts für schwache Nerven. Okay, danke. Wer kann ich denn wirklich bald brauchen? Ähm, wie geht's dir? Glaubst du, dass dir die Menschen dein Opfer auch danken werden? Nein. Wenn wir scheitern, dann wird es niemanden geben, der sich diese Frage stellen wird. Schon, aber du musst dich doch fragen, was für dich am Ende dabei herausspringt. Aber. Ruhm, Ehre, Gold vielleicht? Mir würde schon reichen, wieder gut schlafen zu können. Ja. Ja, die einfachen Dinge gewinnen an Bedeutung in Tagen wie diesen, nicht wahr? Ja. Das ist wohl wahr. Eine gute Mütze voll Schlaf ist immer super. Wie geht's? Hast du was gesammelt? Gib mir alles, was du gesammelt hast. Wirklich alles? Ja? Komm, gib schon her. Oh. Danke. So. Sollen wir mal mit ihm? Können wir, oder? Komm mit. Mit ihm, also ihn können wir mal mitnehmen. Ähm, hatten wir auch noch nie dabei. Aber es wird wahrscheinlich jetzt eh nicht gehen, wegen der Seeschlacht dann. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, das war's für heute. Und in der nächsten Schlacht, äh, in der nächsten Schlacht, ja, kann man auch sagen, sehen wir uns wieder, weil es gibt ja tatsächlich eine Seeschlacht. Also, mal schauen. Ihr Lieben, das war's für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen, wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wenn ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi.